Wertes Rektorat, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Ringvorlesung mit dem Titel Theorie trifft Praxis – Wie fördere ich Interesse? Erkenntnisse aus Theorie und Praxis des naturwissenschaftlichen Unterrichts mit Hochschulprofessorin, Magistra, Doktorin Silke Luttenberger. Mein Name ist Erika Rottensteiner, ich leite an der Pädagogischen Hochschule Steiermark das Institut für Praxislehre und Praxisforschung und das Zentrum für pädagogisch praktische Studien der Sekundarstufe Allgemeinbildung am Standort Graz. Ich befinde mich hier im IGL-TV-Studio und bedanke mich für die Möglichkeit, dieses Format für diese Ringvorlesung verwenden zu dürfen. Diese Ringvorlesung folgt dem Motto Theorie trifft Praxis. Dieses Format wurde am Institut für Praxislehre und Praxisforschung entwickelt. Es werden Ergebnisse von Forschungsaktivitäten vorgestellt, die für die Praxis von Relevanz sind. Es ist mir eine Ehre, die Vortragende der heutigen Ringvorlesung Ihnen genauer vorstellen zu dürfen. Frau Doktorin Silke Luttenberger stammt aus der Südoststeiermark. Sie absolvierte das Lehramtsstudium für Volksschule, ist Suchtpräventionspädagogin und absolvierte das Diplom und Doktoratsstudium der Psychologie in Graz. Für ihre Dissertation Automechanikerin oder doch Friseurin, Hindernisse in der Wahl geschlechtsuntypischer Berufe, erhielt sie den Wissenschaftspreis der Arbeiterkammer Steiermark. Seit 2010 ist sie Mitarbeiterin und Leiterin von zahlreichen wissenschaftlichen Projekten. Von Mai 2012 bis Februar 2016 arbeitete sie als Universitätsassistentin im Arbeitsbereich der pädagogischen Psychologie an der Karl-Franzens-Universität. Sie war Mitglied im Koordinationsteam der Doktoratschule Psychologie an der Karl-Franzens-Universität Graz in der Zeit von 2013 bis 2016. Im Oktober 2013 begann ihre Lehrtätigkeit an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Im März 2016 wurde sie stellvertretende Zentrumsleiterin am Bundeszentrum für Professionalisierung in der Bildungsforschung. Doktorin Lutenberger ist seit 2016 Hochschulprofessorin für pädagogische Psychologie an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Ihre Schwerpunkte in der Lehre sind Lehren und Lernen, pädagogische Diagnostik, Diversität und Gender, Entwicklung von fachlichen und beruflichen Interessen bzw. Berufsorientierung. Eng verbunden sind damit ihre Forschungsschwerpunkte wie Berufswahlforschung, die Entwicklung von Interesse und Motivation mit Schwerpunkt MINT, Lehr- und Lernforschung, Diversitäts- und Genderforschung. Magistra Doktorin Lutenberger ist Mitglied verschiedener nationaler und internationaler Gesellschaften. Unter anderem ist sie im Vorstand der Fachsektion Pädagogische Psychologie Berufsverband österreichischer Psychologinnen und Psychologen. Nun zum Thema dieser heutigen Ringvorlesung. Sie beschäftigt sich mit der Förderung von Interesse. Wie kann ein langdauerndes Interesse an naturwissenschaftlichen Inhalten aufgebaut werden? Wie gelingt es Interesse in der Schule zu fördern? Sie erfahren Ergebnisse der Theorie und der Praxis des Unterrichts. Freuen Sie sich mit mir auf die Ausführungen von Doktorin Silke Lutenberger. Liebe Erika, vielen Dank für die einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich heute hier im Rahmen der Ringvorlesung Theorie trifft Praxis einen kleinen Einblick in meine Forschungs- und Projekttätigkeit geben zu können. Mein Name ist Silke Lutenberger und ich möchte heute in meinen Ausführungen, wie fördere ich Interesse, Erkenntnisse aus Theorie und Praxis des naturwissenschaftlichen Unterrichts einen Einblick in meine Tätigkeit geben. Was habe ich heute hier im Studio vor? Ich möchte ganz kurz die Ausgangslage schildern und auch mein persönliches Interesse, warum mich dieses Thema schon viele Jahre beschäftigt. In weiterer Folge möchte ich darauf eingehen, was ist Interesse überhaupt und wie wirkt es sich in weiterer Folge auf das Lernen aus? Was bedeutet es für den Unterricht und werde dann abschließend ein paar Einblicke in eines unserer aktuellen Projekte geben und somit ein Beispiel und auch Erkenntnisse aus der Theorie für die Praxis schildern. Ganz kurz zur Ausgangslage. Die grundlegende Beschäftigung mit diesem Thema kam von mir eigentlich nicht aus dem schulischen Bereich, sondern aus dem Motiv heraus, sich anzuschauen, was sind denn Motive, dass sich Studierende oder Jugendliche für einen Beruf oder für eine Studienrichtung entscheiden. Was wissen wir denn eigentlich? Ich habe schon gesagt, naturwissenschaftlicher Unterricht ist heute im Fokus meiner Auseinandersetzung. Wir wissen, dass eigentlich bildungswissenschaftliche Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche im Verlauf der Schulzeit weniger Interesse an der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Themen entwickeln. Wir verlieren sie dabei, dass sie im Verlauf der Sekundarstufe 1 und der Sekundarstufe 2 immer weniger Interesse überhaupt haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich, dass es eine ganz hohe Nachfrage an Auszubildenden im naturwissenschaftlichen wie auch im technischen Bereich gibt. Das heißt, in diesem Spannungsfeld liegt Forschung, mit der ich mich beschäftige. Wenn wir uns beispielsweise Zahlen anschauen aus Österreich, so sehen wir, wenn wir von MINT sprechen, MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, so sehen wir, MINT ist nicht eine Kategorie im Hinblick darauf, wie viele Männer oder Frauen sich in dieser Studienrichtung befinden. Wir sehen hier auf dieser Folie dargestellt, 65 Prozent der Frauen entscheiden sich für Biologie als Studienfach, wohingegen, wenn wir auf die rechte Seite der Zahlen blicken, nur 16 Prozent beziehungsweise zehn Prozent der Studienanfängerinnen sich für Informatik oder Maschinenbau als Studienrichtung entscheiden. Das sind so die grundlegenden Ideen, mit denen ich mich schon länger in meiner Forschung beschäftige. Also welche Motive gibt es denn überhaupt, dass sich eine junge Frau beispielsweise für Informatik als Studienfach entscheidet und unterscheiden die sich vielleicht von jungen Frauen, die Biologie als MINT-Studienfach wählen, wo aber der Frauenanteil im Vergleich deutlich höher liegt. Ich habe für heute hier nur einen ganz kleinen Einblick, der das auch schildern sollte, aus einem unserer Forschungsergebnisse mitgebracht, den ich hier jetzt ganz kurz erläutern möchte. In einem Projekt mit Bernhard Ertl von der Bundeswehr-Uni in München und Manuela Pächter von der Karl-Franzens-Universität Graz sind wir der Frage nachgegangen, wie denn die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten mit der Motivation von Studentinnen, also wir haben ganz bewusst nur Frauen in MINT-Studienfächern, beforscht, zusammenhängen mit dem, ob sie in der Schule oder in der Familie unterstützt wurden und wie sie diese Unterstützung wahrgenommen haben. Wir haben hierbei abgeleitet aus den Zahlen, die ich Ihnen gezeigt habe, MINT-Fächer mit einem niedrigen Frauenanteil mit MINT-Fächer mit einem moderaten Frauenanteil verglichen. Das heißt, junge Frauen, die sich für ein MINT-Fach mit einem niedrigen Frauenanteil entscheiden, wären eben beispielsweise Studentinnen der Informatik. Wohingegen Frauen, die sich für ein MINT-Studienfach mit einem moderaten Frauenanteil entscheiden, jene wären, die zum Beispiel Biologie mit einem deutlich höheren Frauenanteil als Studienfach gewählt haben. Ein Erkenntnis oder Erkenntnisse aus diesen Projekten war, dass Unterschiede einerseits im Selbstkonzept wie auch in der Motivation vorhanden sind. Das heißt, was wir sehen konnten ist, dass Frauen, die sich für ein MINT-Studienfach mit einem sehr niedrigen Frauenanteil entscheiden, einerseits selbstbewusster sind im Hinblick auf ihre eigenen Fähigkeiten, also sie schätzen ihre Fähigkeiten sehr positiv ein und sie geben auch an, dass sie mehr intrinsische wie auch extrinsische Motivation haben, sich für dieses Fach entschieden zu haben. Was heißt es denn im Vergleich? Das bedeutet im Vergleich, intrinsische Motive wären, ich beschäftige mich mit Informatik oder einem anderen sehr männerlastigen Studienfach, weil mir die Beschäftigung mit dem Thema große Freude macht. Wohingegen aber trotzdem auch extrinsische Motive vorhanden sind. Extrinsische Motive wäre der Grund, dass junge Frauen anführen, dass sie beispielsweise wissen, dass sie einerseits bessere Jobmöglichkeiten haben, aber eben auch mehr verdienen werden als in einer anderen Studienrichtung. Das heißt, wir sehen hier, MINT ist nicht gleich MINT und unterschiedliche Faktoren, die erklären, warum beispielsweise junge Frauen dann eben in ein doch sehr untypische Studienfach gehen. Wenn wir diese Frauen miteinander vergleichen, haben wir etwas gefunden, was uns immer etwas irritiert hat oder das auch in weiterer Folge ein Grund dafür ist, warum ich mich weiter dann auch mit dem naturwissenschaftlichen Unterricht auseinandergesetzt habe. Wir konnten sehen, dass in Fächern mit einem moderaten Frauenanteil, wie eben vorher gezeigt beispielsweise Biologie, die jungen Frauen davon berichten, dass schulische Faktoren einen ganz bedeutsamen Einfluss darauf gehabt haben, dass sie sich für diese Studienrichtung entschieden haben. Was heißt das? Je eher sie sagen, ich habe in meiner Schullaufbahn ein MINT-Lieblingsfach als Lieblingsfach gehabt, umso motivierter sind sie dann auch, sich für diese Studienrichtung zu entscheiden. Was wir aber auch gesehen haben und es gibt ja gerade im MINT-Bereich zahlreiche Initiativen, die Mädchen in Technik und Naturwissenschaften bringen sollten. Wir konnten auch sehen, dass je mehr sie an Initiativen teilgenommen haben, bedeutet nicht, dass sie in weiterer Folge motivierter sind, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Das könnte also bedeuten, je mehr ich an Initiativen teilnehme, führt es vielleicht dazu, dass ich doch wieder kritischer bin im Hinblick auf meine Fähigkeiten, weil ich das Gefühl habe, dass ich als Mädchen besondere Behandlung brauche, um in diesem untypischen Fach überhaupt bestehen zu können. Das ist die Ausgangslage neben anderen Befunden, die uns einen Hinweis darauf gegeben haben, dass der MINT-Unterricht auf alle Fälle eine bedeutsame Rolle spielt, im Hinblick darauf, ob Interesse an naturwissenschaftlichen Themen, aber später eben auch Studienentscheidungen oder Berufsentscheidungen in diese Richtung gehen. Neben dem, dass ich ja heute hier im IGL-TV-Studio stehe, hat mich in den letzten Wochen ein Thema auch, wie viele von Ihnen wahrscheinlich beschäftigt, Coronavirus. Wir sehen, naturwissenschaftliche Themen haben natürlich auch beispielsweise mit der aktuellen Situation zu tun. Denken Sie daran, wie viele Nachrichten Sie in den letzten Wochen vielleicht auch über den Coronavirus gelesen haben, Zahlen, Fakten, die präsentiert wurden. Also die Bedeutsamkeit von naturwissenschaftlichen Inhalten wurde uns eigentlich sehr deutlich vor Augen geführt. Warum habe ich aber auch dieses Beispiel rausgegriffen? Wir sehen auch, dass neben dem, dass die Bedeutsamkeit von naturwissenschaftlichen Inhalten damit irgendwo gewonnen hat, auch sehr viel an falschen Informationen unterwegs ist. Das heißt, wir stellen uns auch die Frage, wie kann man dort eben auch junge Menschen dafür interessieren, dass sie später Inhalte, naturwissenschaftliche Themen in Frage stellen und für sich zu einem schlüssigen Bild kommen, das aber eben auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleitet ist und nicht auf Fake News basiert. Das heißt, wir sehen auch hier, naturwissenschaftliche Themen sind sehr bedeutsam, auch um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Neben dem hat mich in den letzten Jahren natürlich vor allem als ich wieder zurückgegangen bin an die Pädagogische Hochschule Steiermark beschäftigt. Was heißt das denn jetzt alles, was wir in den letzten Jahren an Erkenntnissen gewinnen konnten aus der Perspektive Studienentscheidungen, Berufswahlentscheidungen, denn für den Unterricht? Welche Erkenntnisse können wir dabei für den Unterricht ableiten, um dann in weiterer Folge das Interesse an diesem Thema, aber auch im Hinblick auf die Berufslaufbahn eben auch Weichen gestellt werden vor diesem Hintergrund, dass ich eingangs gesagt habe, einerseits wenig Interesse an der Beschäftigung mit dem Thema, aber eine hohe Nachfrage an Auszubildenden im ganzen MINT-Bereich, wenn ich das jetzt eben wieder zusammenfasse, obwohl ich vorher gezeigt habe, dass es eigentlich ja doch sehr große Unterschiede zum Beispiel in unterschiedlichen Studienrichtungen gibt. Das heißt, es führt mich eigentlich zum zweiten Teil meiner Ausführung. Da habe ich oft Begriffe verwendet, Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, jemand ist motiviert, jemand sagt, ich entscheide mich für diese Richtung, weil ich weiß, ich erhalte mehr Lohn oder ich möchte mich mit diesen Themen mehr beschäftigen. Also was ist Interesse denn überhaupt und welche Bedeutung hat Interesse eben auch in weiterer Folge für das Lernen. Ich habe hier ganz bewusst, nachdem ich von MINT spreche, ein Mädchen mitgebracht, das hier in einem Naturbuch in der freien Natur blättert. Wenn wir an Interesse denken, so sehen wir, dass wenn wir interessiert sind, zum Beispiel hier in diesem Buch zu blättern, dann gehen uns diese Tätigkeiten leicht von der Hand. Das Interesse an dem Thema, zum Beispiel die Natur zu beobachten, Tiere zu beobachten, führt dazu, dass ich ganz ohne Belohnung das Buch an die Hand nehme, mich damit beschäftige, vielleicht eine Frage kläre, mit welchem Tier ich denn hier heute im Garten vielleicht auch zu tun hatte. Das heißt, es hängt nicht davon ab, ob mich jemand dafür belohnt, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige, sondern ich beschäftige mich ganz frei aus eigenen Motiven mit diesem Thema. Das heißt, Interesse wie eben auch Motivation wirkt sich förderlich auf das Lernen aus. Wenn wir auch an Homeschooling-Zeit denken, werden auch die, die beispielsweise Kinder zu Hause haben, gesehen haben, dass in unterschiedlichen Fächern vielleicht unterschiedliches Interesse besteht, sich mit den Inhalten freiwillig und überdauernd zu beschäftigen. Zusammengefasst nur ein ganz kurzer Überblick über den theoretischen Hintergrund. Was ich schon ausgeführt habe, ist, Interesse ist ein wichtiger Faktor, dass ich motiviert mich mit Inhalten beschäftige, dass ich motiviert dabei bleibe, mich mit einem Thema, mit Inhalten zu beschäftigen. Wichtig ist dabei auch, dass Interesse natürlich förderlich ist, dass ich mich langfristig mit einem Thema beschäftige. Wenn ich eben beispielsweise in der Homeschooling-Zeit mich sehr mit der Natur beschäftigt habe, weil ich vielleicht auch die Möglichkeit hatte, in den Garten zu gehen und ich mich somit vielleicht auch in den dementsprechenden Fächern mit diesen Themen beschäftigt habe, sollte das dazu führen, dass ich eigentlich längerfristig und mit mehr Engagement mich mit diesen Inhalten aus diesem Fach oder aus einem Bereich beschäftige. Interesse ist also auch, wenn wir an uns selbst denken, ganz wichtig dafür, welches Wissen wir überhaupt erwerben wollen. Wir identifizieren uns mit Inhalten, aber auch mit Schulfächern beispielsweise und es wirkt sich in weiterer Folge eben auch darauf aus, dass ich zu einer positiven Einschätzung über meine eigenen Fähigkeiten komme, eben beispielsweise gut eine Aufgabe im naturwissenschaftlichen Bereich lösen zu können oder eben beispielsweise mit dem Naturbuch eine Blume im Garten zu bestimmen. In der Interessensforschung sehen wir etwas, das mich dann schon in meinen weiteren Ausführungen zum Unterricht bringt. Wir sprechen in der Interessensforschung immer von einer Beziehung zwischen der Person und dem Gegenstand. Der Gegenstand kann dabei sein die Lernsituation, in der ich mich im Unterricht befinde. Es kann aber auch ein Thema sein oder insgesamt ein Gegenstand wie beispielsweise Biologie. Das heißt, die Bedeutung für den Unterricht liegt dabei und ich habe das jetzt hier einfach grafisch dargestellt. Wenn wir daran denken, wie sich Interessen im Verlauf der Zeit entwickeln, so sehen wir eben dieses Zusammenspiel Person mit gewissen Motiven, womit ich mich gerne als Person beschäftige und darunter dargestellt mit diesen Reagenzgläschen eben beispielsweise Inhalte aus dem Bereich von naturwissenschaftlichen Themen. Diese beiden Bereiche, also die Person, wie eben der Gegenstand oder der Inhalt, mit dem ich mich beschäftige, führt, wenn wir an den Unterricht denken, dazu, dass, wie Sie hier in der Folie sehen, wir davon sprechen, dass situationales Interesse entsteht. Was meint denn dieses situationale Interesse? Wie interessant finde ich gerade jetzt im Moment, mich mit diesem Inhalt, mit diesem Thema zu beschäftigen? Wenn ich jetzt auch an meinen zehnjährigen Sohn denke, der natürlich auch in den letzten Wochen im Homeschooling war, fällt mir dazu ein ganz plakatives Beispiel ein. Er hat einmal beispielsweise im Biologieunterricht den Auftrag bekommen, er sollte sich mit Greifvögeln beschäftigen, dazu weiter recherchieren und Fragen beantworten. Das heißt, wir haben die Situation den Gegenstand, die Aufgabe, beschäftige dich mit Greifvögeln. Wenn wir jetzt sagen, die Person spielt auch eine wichtige Rolle, so hat ihn dieses Thema gleich sofort gepackt, also wir könnten sagen, abgeleitet aus der Theorie. Er hat ein hohes situationales Interesse gehabt. Warum? Weil in den letzten Wochen Turmfalken ständig unseren Garten umkreisen und somit natürlich dieses Thema bei ihm gerade ganz präsent war und er sofort das Thema, den Inhalt anwenden konnte in Beobachtungen, in Beispiele aus dem Alltag, die ihn in letzter Zeit beschäftigt haben. Also das Zusammenspiel zusammengefasst, die Person mit Motiven, was interessiert mich selbst als Person, wie nehme ich Inhalte wahr und den Anreizcharakter, den eben Lerninhalte, Lerngegenstände haben, die dazu führen, wie ich mich gerade im Moment finde, empfinde und ob ich interessiert bin, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Für den Unterricht bedeutet das, dass wir eigentlich von so etwas wie Interessantheit sprechen können. Also wie interessant ist beispielsweise der Arbeitsauftrag, mit dem ich mich gerade jetzt im Moment beschäftige? Warum ist dieser situationale Interesse, diese Interessantheit von Bedeutung? Wenn es uns gelingt, Interesse zu erzeugen, wie eben beispielsweise das Greifvogelbeispiel, das ich erwähnt habe, führt dazu, dass die Aufmerksamkeit dorthin gerichtet wird. Ich möchte jetzt die Aufgabe aus Biologie behandeln, weil ich mich gerade selbst mit diesem Thema beschäftige und die Informationen werden somit eben auch besser verarbeitet. Das heißt, es ist ein gewisser Anreiz, mit dem wir natürlich auch, wenn es um die Förderung von Interesse geht, in weiterer Folge auch im Unterricht fungieren kann. Es gibt didaktische Konzepte, darauf werde ich heute auch noch ganz kurz eingehen, die natürlich auch gerade auf dieses situationale Interesse eingehen. Vorweg gesagt ist es natürlich so, dass das schwer objektivierbar ist und es natürlich je nach Person unterschiedlich ist. Das heißt, für andere Kinder in der Klasse meines Sohnes war das Greifvogelbeispiel vielleicht weniger interessant, weil sie vielleicht auch im Moment gar nicht so den Anreiz hatten, sich mit dem zu beschäftigen und die haben sich vielleicht in dieser Phase mit einem anderen Thema beschäftigt. Jetzt habe ich aber auch gesagt, dass Berufsentscheidungen und Studienentscheidungen eigentlich so die Ausgangsbasis dafür waren, warum ich mich mit Interesse und Motivation im naturwissenschaftlichen Unterricht beschäftige. Das heißt, nur das Interesse in der Situation reicht uns natürlich nicht aus, dass überdauernd Interesse entsteht, sich in der Freizeit mit dem Thema zu beschäftigen, sich vertiefernd mit diesen Inhalten zu beschäftigen, die dann in weiterer Folge eben vielleicht auch dazu führen, dass Berufsentscheidungen oder Studienentscheidungen getroffen werden. Das heißt, ein Punkt, den wir aus der Theorie betrachtet hier immer auch weiter beleuchten, ist das individuelle Interesse. Im Vergleich dazu, zum situationalen Interesse, meint das individuelle Interesse, wir sprechen hier dann wirklich davon, dass die Person sich in der Freizeit überdauernd mit diesem Inhalt beschäftigt, wir eigentlich davon ausgehen können, dass das ein Bestandteil der eigenen Fähigkeiten geworden ist und eben beispielsweise mein Sohn jetzt vertiefend weiter sich einmal zuerst mit Greifvögeln beschäftigen würde und dann weiter beschäftigen würde mit Inhalten, die dazu führen, dass eben dann beispielsweise Biologie eines seiner Lieblingsfächer wird oder eben auch in der Freizeit die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Inhalten in den Fokus seiner Aufmerksamkeit kommt. Wenn wir an den Unterricht denken, sprechen wir in der Forschung eigentlich von dem Prozess der Internalisierung. Ich will Sie da auch gar nicht weiter mit diesem Begriff weiter beschäftigen. Ich habe gemeint, wir können im Unterricht einerseits in Situationen das situationale Interesse fördern, aber es gibt eben auch Prozesse, die dazu beitragen, dass dieses überdauernde Interesse an der Beschäftigung mit Inhalten entstehen kann. Wie kann jetzt diese Internalisierung gefördert werden? Was heißt das für den Unterricht? Sie sind vielleicht vertraut mit Motivation, einem sehr verwandten Konstrukt zum Thema Interesse. Wir sehen hier und darauf werde ich heute auch noch ganz kurz eingehen, dass vor allem dieser Bereich der Selbstbestimmung entscheidend ist und die persönliche Bedeutsamkeit. Die persönliche Bedeutsamkeit haben wir beispielsweise gesehen, der Greifvogel als Thema, das eben im Moment für mich persönlich bedeutsam ist, um mich in der Situation weiter mit diesem Inhalt zu beschäftigen. Wenn wir auf diesen Bereich, wie Unterricht zur Förderung von individuellem Interesse beitragen kann, auch noch einen Blick nehmen wollen, so gibt es eigentlich diese vier Bereiche, die dazu beitragen, dass überdauerndes individuelles Interesse an der Beschäftigung mit einem Thema mit einem Inhalt entstehen kann. Die ersten drei Bereiche kommen eben aus dieser Theorie der Selbstbestimmung. Einerseits ist es die Förderung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten, indem ich beispielsweise im Unterricht Aufgaben anbiete, die am Vorwissen anknüpfen, die aber eben auch durch Rückmeldungen beispielsweise dabei unterstützen, dass ich einen guten Eindruck meiner eigenen Fähigkeiten bekomme. Dieser Bereich trägt indirekt dazu bei, dass mehr Motivation oder mehr Interesse im Unterricht entstehen kann. Ein weiterer Bereich, der aus diesem Konzept der Selbstbestimmung kommt, ist die Förderung der Autonomieerfahrung, das wir im Unterricht beispielsweise durch das Anbieten von Wahlmöglichkeiten oder unterschiedlichen autonomen Lösungswegen unterstützen können. Neben der Förderung der sozialen Einbindung als einen ganz wichtigen Bereich eben auch, dass Motivation wie Interesse entstehen kann. Wie fördere ich die soziale Einbindung im Unterricht? Beispielsweise indem ich Projekte durchführe, Kinder, Jugendliche gemeinsam sich mit einem Thema beschäftigen und eben auch vertiefend sich mit dem Wissen beispielsweise über das Gespräch über einen Inhalt beschäftigen. Der Bereich, der stärker aus diesem Konzept der Interessensforschung kommt, ist der letzte Punkt, den ich hier angeführt habe. Das ist eben dieser Bereich der persönlichen Bedeutsamkeit. Gelingt es mir ein Beispiel auszuwählen, wo ich sofort erkenne, wie ich das anwenden kann, wofür ich es im Alltag brauche oder ist das einfach ein Thema, das mich sowieso in weiterer Folge gerade jetzt in meiner Situation beschäftigt, wie eben der Turmfalke vorhin. So als ein Beispiel, da kenne ich sofort unmittelbar, was hat es mit mir und meiner aktuellen Situation zu tun. Jetzt habe ich schon gesagt, dass es auch natürlich die taktische Methoden gibt, die einerseits diese Förderung von Interessantheit, diesem situationalen Interesse, wie eben auch möglicherweise die Entwicklung von einem überdauernden individuellen Interesse unterstützen kann. Eine Methode, die vielleicht vielen von Ihnen in den Sinn gekommen ist, die eben auch ganz stark diese handlungsorientierten Grundzüge, die ich jetzt gezeigt habe, beinhaltet, ist beispielsweise das Forschern der Lernen. Wenn wir aber beispielsweise den Blick werfen in die Studie von Hetty und wir in seinem Barometer uns anschauen würden, welchen förderlichen Effekt hat Forschern des Lernen denn überhaupt auf den Lernerfolg der Schüler und Schülerinnen, würden wir einmal sehen, die Methode an und für sich trägt jetzt nicht unmittelbar wirklich zu einer Förderung im Lernen bei. Es gibt aber dazu ausführend weitere Meta-Analysen und Studien, die den genaueren Blick in die Methode werfen. Und was man dort herausfindet, ist beispielsweise, dass beim forschenden Lernen es ganz entscheidend ist, wie werden die Schüler und Schülerinnen unterstützt. Wir sehen hier, ich bin natürlich Psychologin und somit habe ich da auch ein paar wenige Zahlen, zumindestens für heute mit, dass die Lernaktivitäten stärker gefördert werden, dass sie erfolgreicher sind beim Durchführen beispielsweise von Experimenten im Forschenden Lernen, wenn sie in unterschiedlichen Bereichen effektiv unterstützt werden, beispielsweise eben dieses Kompetenzerleben in unterschiedlichen Situationen gefördert wird. Im naturwissenschaftlichen Unterricht sehen wir das auch ganz stark am 5e-Modell von Hofer und Kollegen und Kolleginnen, das eigentlich vieles beinhaltet an didaktischen Zugängen und Abläufen im Unterricht und eben auch ganz bewusst das Thema Interesse aufgreift. Dieses 5e-Modell ist in weiterer Folge für das Projekt, das ich ganz kurz auch noch vorstellen möchte, ein Rahmen dafür. Im 5e-Modell des naturwissenschaftlichen Unterrichts geht man davon aus, dass ich zu Beginn in dieser Engage-Phase das Interesse wecke. Das ist eigentlich der Bereich, den ich vorher geschildert habe, das Zusammenspiel von Person und Gegenstand. Dieses Engage-Mind entsteht Interessantheit, Interessiertheit in der Situation, sich mit diesem Thema, mit diesem Inhalt zu beschäftigen. Im weiteren Verlauf des 5e-Modells sehen wir, dass an diese erste Phase beim Forschendenlernen die Suche nach unterschiedlichen Erklärungen anschließt, dann Fragen und Phänomene geklärt werden, also auch ausgehend von dieser Forschendenperspektive im naturwissenschaftlichen Unterricht, dass in weiterer Folge dann Verknüpfungen, Zusammenhänge sichtbar gemacht werden und es dann auch in einer letzten Phase durch Rückmeldungen unterstützt werden kann oder ein weiterer Verlauf von einem Forschungszyklus zum Beispiel notwendig ist, um sich mit dem Thema weiter vertiefend aus der Perspektive der Schüler und Schülerinnen zu beschäftigen. Diese Überlegungen, also wie gelingt es mir in der Situation zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Unterricht, Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen. Die Aufmerksamkeit auf den Inhalt zu richten, sich vertiefend mit diesem Inhalt zu beschäftigen, neben dem weiteren Ablauf aus diesem 5e-Modell, ist eine ganz wichtige Basis für ein Projekt, das wir gerade in Kooperation mit der Technischen Universität Graz durchführen und auf diese Erkenntnisse möchte ich jetzt noch abschließend kommen, weil all diese theoretischen Überlegungen die Ausgangsbasis war, ausgehend heute von dieser Idee. Wir sehen Unterschiede zum Beispiel in Studienentscheidungen stärker dann auch in weiterer Folge den Blick in den Unterricht zu werfen, wie dieser eben auch zur Förderung von Interesse beitragen kann. Das Projekt, das ich für heute noch ganz kurz vorstellen möchte, ist unser Projekt WISTAT. Ich habe schon gesagt, wir führen es in Kooperation mit der Technischen Universität Graz durch. Es hat im letzten Jahr gestartet, wird zum Zukunftsfonds Steiermark gefördert und wir beschäftigen uns hier an der Schnittstelle Pädagogik und Informatik genau mit diesen Fragen, wie können wir über den längeren Verlauf, nämlich eigentlich zwei Jahre lang, einerseits uns anschauen, wie gelingt es Interesse durch Interventionen, die wir im Unterricht durchführen, zu fördern, aber auch wie entwickelt sich das Interesse denn überhaupt über den Verlauf der Volksschulzeit und der Sekundarstufe 1. Das sind die beiden Altersgruppen, die wir hier in den Blick genommen haben, weil wir in vielen Bereichen sehen, dass es vor allem im frühen Alter auf die Förderung von naturwissenschaftlichen Inhalten und Themen ankommt, um dann in weiterer Folge eben wirklich längerfristig die Auseinandersetzung und die Beschäftigung mit diesen Inhalten und Themen unterstützen zu können. Wir haben im November und Dezember erste Interventionen durchgeführt. Wir kommen immer für eine Woche an die Schulen, 14 Klassen, die in diesem Projekt teilnehmen und wählen dafür ein naturwissenschaftliches Thema aus, das unserer Meinung nach die Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen trifft. Also in der ersten Runde haben wir uns mit dem Thema, wie genau sind denn überhaupt Wettervorhersagen beschäftigt und die Kinder haben selbst ausgehend von diesem 5e Modell einerseits einen Einstieg mit uns gehabt, wo sie sich einmal mit dieser Frage beschäftigt haben, ihre eigenen Vermutungen aufgestellt haben und dann in weiterer Folge selbstständig im Verlauf der Woche in kleinen Gruppen sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Was haben wir dabei gemacht? Ich habe das hier als Screenshot ganz kurz dargestellt. Wir haben, wie Sie links sehen, Wetterprognosen für den Ort, an dem die Kinder gerade sind, mitgebracht für eine ganze Woche, weil das Projekt über den Verlauf einer ganzen Woche in den Unterricht eingebettet wurde. Mit diesen Wettervorhersagen haben wir versucht, ein Thema auszuwählen, das die Kinder interessieren sollte, wo sie auch eben diesen Alltagsbezug, den ich genannt habe, kommt aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, unterstützen wollten. Die haben also von uns ein Forscherheft bekommen mit ihrer persönlichen Wettervorhersage und den Auftrag im Verlauf der Woche zumindest dreimal am Tag selbst die Temperatur zu messen, um eben dann die Frage zu beantworten, wie genau sind denn Wetterprognosen überhaupt? Stimmen die immer? Gibt es Tage, wo sie nicht stimmen? Und was können denn überhaupt Gründe dafür sein, ob Wettervorhersagen zuverlässig sind oder weniger zuverlässig sind? Wir haben dazu oder die Kollegen der Informatik haben dazu eine App entwickelt. Auf der rechten Seite sehen Sie, die Kinder konnten sich in ihrer Gruppe einen eigenen Namen geben und haben dazu ein Symbol für ihre Gruppe ausgewählt und haben dann in dieser App über den Verlauf der Woche die Temperaturmessungen eingetragen und diese interaktiven Diagramme haben wir dann mit Ihnen in der Volksschule zu Mitte der Woche und in der Sekundarstufe 1 wie in der Volksschule am Ende der Woche noch einmal besprochen, ihre Erkenntnisse gezeigt und eben ihre Forscherfrage beantwortet. Wir haben uns streng genommen eben an diesem 5e Modell orientiert. Wir sind in den Unterricht gekommen, haben als Einstieg ein Video mitgebracht mit einem Wetterfrosch, das sie in das Thema einführen sollte und eben dafür sorgen sollte, dass sie in der Situation interessiert und motiviert sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie haben dann Vermutungen getroffen, ob die Wettervorhersagen im Verlauf der Woche stabil sein werden, was denn dazu beitragen wird, dass sie zuverlässig sind und was denn Gründe dafür sein können, ob Wettervorhersagen zutreffen oder nicht zutreffen. Im weiteren Verlauf haben sie dann von uns Microbits bekommen, kleine Endplatine Computer, ich habe das nur auf diesem ganz kleinen Bild, viele von Ihnen kennen diese vielleicht, aber sie konnten die Temperatur nicht nur mit diesem Microbit messen, sondern auch mit einem ganz klassischen Thermometer, aber das war so der Anreiz, eben auch ein neues technisches Instrument mit in den Unterricht zu bekommen und eine Frage, die uns ständig getroffen hat, war, wann arbeiten wir denn jetzt endlich mit diesem kleinen Computer. Sie haben aber auch ganz klassisch dazu Forscherhefte bekommen, wo sie über den Verlauf der Woche ihre Temperaturmessungen dokumentieren konnten, die dann eben im Anschluss in die App übertragen werden konnten. Das heißt, diese Vistat-App war dafür da, dass die Daten dort eingegeben wurden und dann ihre Datenpunkte in diese Wettervorhersage übertragen wurde und wir haben in all diesen unterschiedlichen Phasen immer wieder gefragt, wie interessant hast du das gerade im Moment gefunden, den Einstieg mit dem Wetterfrosch, das Messen der Temperatur, das Arbeiten mit der App, die wir entwickelt haben, um eben so einen Indikator dafür zu bekommen, wie hoch das situationale Interesse denn in dieser Situation im Verlauf der Woche ist, haben die Kinder aber auch dazu befragt, wie hoch ihr individuelles Interesse, also wie gerne sie sich generell mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen vor, wie eben auch nach der Intervention denn überhaupt ist. Wir hätten auch jetzt die nächsten Interventionen geplant, die aufgrund der aktuellen Situation leider jetzt vom Sommer entfallen müssen, aber unser Projekt läuft noch weiter und Materialien wie Unterlagen und auch die App für den Unterricht kann dann im Anschluss über unsere Homepage einfach frei für den Unterricht heruntergeladen werden, also im nächsten Jahr. Wenn wir uns anschauen, ich habe jetzt für heute nur einen Einblick noch einerseits, wie interessiert waren sie in der Situation, aber eben auch wie interessiert sind sie generell sich mit naturwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen mitgebracht. So sehen wir, dass ich heute schon eingangs gesagt habe, das situationale Interesse können wir im Unterricht fördern, es ist aber unterschiedlich, wie gut uns das gelingt in unterschiedlichen Situationen. Ich habe jetzt hier nur mal Zahlen aus der Volksschule mitgebracht, weil wir gerade dabei sind, die Daten auszuwerten, aber eben auch unsere nächsten Interventionen vorzubereiten und habe ihnen das jetzt eigentlich dargestellt, wie interessiert sie einerseits werden beim Einstieg, diesem Engage, aber dann auch im Verlauf von dieser Intervention. Wir sehen, wo das Interesse, das situationale Interesse abfällt, ist am Ende, was mussten die Kinder da tun. Sie haben ihre Ergebnisse, die Gruppenergebnisse in der Klasse präsentiert. Das ist bei den Kindern nicht so gut angekommen. Wir sehen, es liegt noch immer im sehr positiven Bereich, aber im Vergleich zu anderen Bereichen weniger gut und es gibt uns somit eben auch Erkenntnisse, wie wir für die nächsten Interventionen hier auch noch Adaptierungen vornehmen können. In dieser Grafik, die ich hier mitgebracht habe, sehen wir aber, dass es Kinder gibt, die eigentlich, das ist diese orange Linie, über den Verlauf der Woche immer sehr hoch interessiert sind, sich einmal beim Einstieg mit dem Thema zu beschäftigen, im Forscherheft die Temperaturmessungen zu dokumentieren, die Temperatur zu messen, diese dann auch zu übertragen. Insgesamt sehen wir, dass die Volksschulkinder sehr motiviert werden in allen Situationen. Deswegen liegen die Linien auch in diesem sehr positiven Bereich. Wir sehen aber, dass es Kinder gegeben hat, beispielsweise diese grüne Gruppe, die sich dadurch auszeichnet, dass die auch zu Beginn stärker motiviert werden, aber auch noch als sie den Microbit vorgestellt bekommen haben, um damit Temperatur zu messen, aber das Sammeln der Daten, wie das eingeben und dann vor allem das Präsentieren als weniger interessant im Vergleich zu dieser Gruppe, die immer ganz motiviert war, wahrgenommen haben. Und im Vergleich dazu, die blaue Linie, die habe ich jetzt einmal so genannt, es sind die Technikinteressierten, da geht das Interesse vor allem dann in den Zacken hoch, wenn es um die Technik geht. Also der Microbit beispielsweise im Unterricht ins Spiel kommt oder sie mit der App arbeiten können. Die Dateneingabe selbst ist weniger interessant und auch unser Einstieg scheint im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen als weniger interessant für sie erlebt worden zu sein. Jetzt sind es so aber erste Erkenntnisse, wie gelingt es in der Situation das Interesse einerseits zu messen, aber eben auch zu fördern. Wir sehen hier eigentlich auch einen ganz entscheidenden Punkt, das ist unterschiedlich. Es kann sein, dass wir vielleicht mit Wetterprognosen bei manchen so einen Alltagsbezug getroffen haben, wie vorher auch schon in dem Beispiel Greifvögel, die mich jetzt gerade beschäftigen. Kann aber auch sein, dass Kinder generell schon mit mehr Interesse an naturwissenschaftlichen Themen in den Unterricht kommen und deswegen haben wir im Projekt eben auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten danach gefragt, wie gern sie sich denn überhaupt generell mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen. Wenn wir das zusammenspielen mit den Gruppen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ich habe jetzt diese Orangen, die immer in unterschiedlichen Situationen im Verlauf der Woche interessiert waren, als immer interessiert bezeichnet. Bei denen war, ob sie danach angeben, dass sie interessiert sind, sich auch in der Freizeit mit naturwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, eigentlich nur abhängig davon, ob sie auch zu Beginn schon stark interessiert waren, sich mit naturwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen. Mit diesen Ergebnissen wollen wir nämlich dem auf den Grund gehen. Ich habe Ihnen gezeigt diesen Interaktionsprozess, also wie ich durch die Förderung von unterschiedlichen Aspekten dazu beitragen kann, dass sich eben längerfristiges Interesse an der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Inhalten und Themen entwickelt. Genau das haben wir im Verlauf dieses Projektes auch immer wieder erfragt und werden es auch zukünftig weiterhin tun, weil wir damit eben auch schauen wollen, inwiefern diese Kompetenzunterstützung oder unterschiedliche Wahlmöglichkeiten einen Beitrag dafür leisten, ob Kinder, ob Schüler, Schülerinnen im Verlauf von zwei Jahren mehr Interesse daran entwickeln, sich mit naturwissenschaftlichen Inhalten und Fragen zu beschäftigen. Diese grüne Gruppe war die, die etwas weniger in unterschiedlichen Situationen interessiert war, aber eben doch auch im Vergleich sehr viel Interesse mitbringt. Bei der Gruppe sehen wir das erste Mal, dass hier eigentlich einer dieser Bereiche signifikant wird, neben dem, dass die höheres Interesse haben nach der Intervention, wenn sie auch schon vorher mehr Interesse mitgebracht haben, also ich beschäftige mich dann lieber mit diesen Inhalten, wenn ich schon vorweg motiviert bin, mich damit zu beschäftigen, war diese soziale Einbindung entscheidend. Also wenn sie berichtet haben, dass sie das Gefühl hatten im Verlauf des Projektes von uns, wir waren doch zu drei Zeitpunkten in den Klassen in dieser Woche, je mehr sie das Gefühl hatten, dass sie eingebunden waren, dass sie von uns Rückmeldungen bekommen haben in unterschiedlichen Situationen und je positiver sie auch die Zusammenarbeit in der Gruppe bezeichnet haben, umso höher war in weiterer Folge eben auch das Ergebnis, dass sie danach gemeint haben, ich würde mich auch in der Freizeit weiter mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen. Im Vergleich dazu haben wir bei dieser immer interessiert Gruppe gesehen, es scheint nicht so relevant zu sein, ob es mir gelingt in der Intervention oder im Unterricht das Interesse zu fördern, die bringen schon vorab sehr viel Interesse mit und verfolgen somit in unterschiedlichen Phasen das Thema gerne und haben somit eben auch in weiterer Folge später vielleicht mehr Interesse sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Die Gruppe Technik interessiert, ich habe ihnen gezeigt, die sind vor allem dort in den Bereichen interessiert, wenn es um Technik geht, wenn wir den Microbit mitgebracht haben, wenn sie am Tablet in der App die Temperatur eingegeben haben und dann eben auch mit den Diagrammen gespielt haben. Das sehen wir im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen, dass die, die wir jetzt im Vergleich sagen würden, vielleicht etwas weniger Interesse in der Situation gehabt haben, eben einerseits auch interessierter waren nach der einwöchigen Intervention, wenn sie auch davor schon interessierter waren, sich damit zu beschäftigen. Das gilt für alle drei Gruppen und ist irgendwie auch ein ganz klares Ergebnis. Wir sehen aber, dass gerade bei jenen, die vielleicht auch etwas weniger interessiert werden oder nur punktuell in der Intervention interessiert werden, unterschiedliche Bereiche, die ich ihnen vorgestellt habe aus dieser sozialen Eingebundenheit, der Kompetenzunterstützung, wie dem Autonomie erleben, wichtig war, ob sie auch danach den Eindruck haben, sich weiter mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Das war diese blaue Gruppe, die technikinteressierte Gruppe. Die sind danach interessierter, wenn sie einerseits eher das Gefühl haben, dass sie Wahlmöglichkeiten hatten, also selbst die Forschungsfrage auswählen konnten, wenn es um die Wetterprognosen gegangen ist, wenn sie eben das Gefühl hatten, dass sie Fragen stellen durften, wenn sie von uns eben auch beispielsweise unterstützt wurden, ihre Ergebnisse zu präsentieren. Also der Unterricht bzw. in unserem Fall die Intervention war wichtiger dafür, ob sie danach dem auch zustimmen, dass sie sich auch weiter mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen werden. Das sind so erste Erkenntnisse, die für uns eben auch eine wichtige Basis dafür sind, jetzt die nächsten Interventionen vorzubereiten und es dann eben auch so aufzubereiten, dass es weiter im Unterricht von Lehrpersonen eingesetzt werden kann und eben unabhängig von uns diese Projektidee weiterleben kann. Das heißt, wir sehen im Projekt, es gelingt in der Situation Interesse zu fördern. Wenn wir da jetzt eben die Gruppe aus der Volksschule einmal betrachtet haben, so sind die eigentlich sowieso sehr interessiert daran, sich in unterschiedlichen Situationen mit naturwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen und ein Fazit von uns war immer, Interventionen sollten früher ansetzen und wir werden schauen, wie eben im Verlauf dieser zwei Jahre sich das auch bei den Kindern entwickeln und ob das Interesse weiter hoch bleibt an der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Themen. Zusammengefasst, wenn wir uns die Frage stellen, welche Rolle spielen Interessen denn jetzt überhaupt für den Unterricht, so würde ich zusammengefasst sagen, neben dem, dass ich versucht habe Ihnen zu zeigen, wo kann ich in der Situation Interesse erzeugen, wie kann das auch in weiterer Folge dazu beitragen, dass sich überdauerndes Interesse an der Beschäftigung mit Inhalten und Themen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich entstehen kann. Würde ich eigentlich schließen damit, dass ich sagen würde, im Hinblick auf lebenslanges Auslernen sind fachliche Interessen ein sehr wichtiger Aspekt dafür, dass sich eben diese überdauernde Beschäftigung an naturwissenschaftlichen Themen und Inhalten beispielsweise entwickeln kann. Wir können an dieser Stelle natürlich jedes andere Fach einsetzen. Ich aus der Perspektive, aus der ich komme und meinen Zugängern habe hier vor allem eben immer den naturwissenschaftlichen Bereich im Fokus meiner Beschäftigung, hat eben mit der Grundidee, mit den Studien, die ich zu Beginn angeführt habe, auch zu tun. Das heißt, fachliche Interessen sind einerseits ein wichtiges Erziehungsziel, sind aber eben auch dafür wichtig, dass sich die Motivation entwickelt, sich überdauernd im schulischen Bereich mit einem Inhalt oder mit einem Gegenstand zu beschäftigen und kann dann eben auch in weiterer Folge dazu beitragen und somit schließt sich für mich eigentlich auch wieder der Kreis, dass später Berufsentscheidungen, Studienentscheidungen getroffen werden, die eben auch mit naturwissenschaftlichen technischen Tätigkeiten zu tun haben. In der Vorbereitung auf heute habe ich etwas gefunden, das finde ich ganz gut dazu passt. Das Thema oder generell der Titel der Ringvorlesung Theorie trifft Praxis. Ich als Psychologin und Pädagogin bin eigentlich in vielen Bereichen sowieso in beiden Heimaten beheimatet. Ich habe das aus einem Lehrzeugnis aus den 50er Jahren aus dem Land Sachsen jetzt vor ein paar Tagen gefunden beim Räumern, das man auch zwischendurch einmal tut. Und mir hat das eigentlich ganz gut gefallen und damit möchte ich eigentlich schließen. Zur Praxis gehört die Theorie zum Handeln das Wissen. Wer das Richtige nicht weiß, kann das Richtige nicht wollen und das Richtige nicht tun. Ich habe heute begonnen damit, dass ich einmal ausgehend so von meiner Forschungsperspektive gezeigt habe, was treibt mich denn herum, womit beschäftige ich mich und mein Wunsch war das eigentlich dann immer stärker auf den Unterricht hinunter zu brechen. Das versuchen wir jetzt eben beispielsweise in dem Projekt, das ich für heute mitgebracht habe. Ich bin damit am Ende meiner Ausführungen angekommen. Sie sehen auf der letzten Folie meine E-Mail-Adresse. Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden. Vielleicht gibt es dann auch wieder eine Gelegenheit irgendwo persönlich ins Gespräch zu kommen. Ich habe Ihnen damit einen kurzen Einblick gegeben. Wo brauchen wir diese Theorie, um vielleicht auch naturwissenschaftlichen Unterricht erklären zu können, erklären zu können, wie überdauerndes Interesse an der Beschäftigung mit Inhalten entsteht. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.